Wadenmuskulatur. Einbeinig hinstellen, das Knie bleibt gestreckt und der Oberkörper ist aufrecht. Mit einer Hand an der Wand stabilisieren, aber nicht abstützen. Darauf achten, dass das Becken stabil bleibt. Über den Fussballen vom Boden abdrücken und die Ferse so weit wie möglich vom Boden anheben. Und wieder senken. Aber nicht mit dem vollen Körpergewicht auf den Boden abstellen. Wenn möglich 25 Mal in Serie durchführen.